Hallo und willkommen zurück zu The Platinum Let's Play Half-Life 2. Ich wollte nicht Errungenschaften spiel Laden. Spast. So. Beim letzten Mal bin ich ja öfter mal gestorben, des öfteren bin ich gestorben und ich hoffe, dass mir erst dieses Mal erspart bleibt. So. Wo geht's denn hinlang? Natürlich die Treppe runter und es lädt direkt schon am Anfang. Das ist ein guter Start. Das ist der ultimative Start. So. Da ist irgendwas zersplittert. Ich geh mal da hoch. Ehe und dann kommt die Lützliche Räume an der Spinnung. Nein. What the fuck. Genau das meinen die. So. Da geht's rüber. Ich hätte ja noch runter in den Keller gehen können, aber. Nö. Nö. Keine Lust. Oh. Ich bin wütend. Scheiße. Und muss hier die Fresse auf. Stirb. So. Wo muss ich überhaupt hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich jetzt vom Dach runter springen? Ich trau mich nicht. Jetzt sterbe ich mies. Deswegen springe ich hier runter. Keine ruhig nicht rüber. So. Dann unter Unterführung hier durch. Habe ich mir wie die Pumper. Und dann habe ich wenigstens ein bisschen Money für. Ähm. Hier scheint nicht besonders viel zu sein. Kann ich da drüber? Shit. Ich werde hoffentlich dieses Mal nicht wieder ein... Arrrr. So. Äh. Hoffentlich werde ich dieses Mal, wenn ein Hebel da ist, ihn direkt finden. Und nicht wieder ewig suchen. Das halbe Let's Play damit verschwenden, dass ich nach einem scheiß Hebel suche. Der eigentlich direkt vor meiner Nase ist. So. Jetzt geht's hier hoch, 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 hoch. Tür öffnen. So muss das. Oh. Money. Sogar für den Revolver habe ich Money bekommen. Das freut mich. Was ist das? Oh Gott. Oh. Das ist Money für irgendwas. Auf mir. Der ist wieder offen. Unkläglich zu versagen. Indem du an mir vorbeiläufst. Das war eine Ultraaktion von dir. Da ist der Hebel. Ich habe ihn jetzt schon entdeckt. Aber erst muss ich noch gucken, dass ich hier 20 Kilo Money finde. Ich kann ihn nicht benutzen. Scheiße. Ja, hier bin ich. Und jetzt. Ich werde dir die Karte für dich, Bruder. Es wird nur einen Moment. Patience, Bruder. Komm, dann mach wenigstens. Schau dir selbst gut. Oh, jetzt kommen die schon, oder was? Ich habe Angst. Das sind sie schon. Recht gehabt, ne? Das ist viel überlebt immer. Jetzt bringen wir die Plattform hier, oder? Weil ich kann den Hebel nicht bedienen. Da kommt nur dieser... ...Sound. Stürb auf. Bewegt dich, Gondel. Oder... Ja, nein. Da unten sind sie schon. Ähm, wie sind meine... ...Frames gerade wieder? Voll im Keller. Das ist immer so kacke. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, mein PC hasst dieses Spiel. Oh, Crysis 2. Ja, ja. Ja, kein Problem, aber... Höchste Grafik auch kein Problem. Also, das ist nix, aber... Aber Half-Life 2, das ist das Spiel, was alle PCs fickt. Okay, so extrem ist es auch nicht. Doch, es ist extrem. Ja, jetzt kommen diese Viecher, die stimmt nicht mehr. Endlich treffe ich ihn. Er könnte sein. Ist es Jesus? Ich glaube nicht. Aber es könnte sein, dass es Jesus ist. Also, hier ist es... Ja. Ach komm, mein PC. Verdammt. Ne, wollte ich haben. Ich habe wieder ein falscher Lübber. Ach, du bist Priester. Ich verstehe das. Zum Glück bin ich kein Kind. Ich habe vor dir mehr Angst, als vor Slenderman und vor Pädobel zusammen. Geh mir eigentlich... Mir ist scheißegal, was du gerade eben gelabert hast, irgendwie. Gib mir einfach deine Pumpe. Ach, scheiße. Es lädt wieder. Lass die Rache fürs nicht zuhören. Und scheiße dabei bauen. Du Arsch, hast mich mit deinem Arsch runtergedrängt. Hö, 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 hö. Arsch, Arsch, hö, hö. Okay, das war doof. Das war kindig. Du guter Schütze-Biest. Ich bin auch viel besser. Ich habe den aus Nix. Oh Gott, meine Frames gehen gerade voll in den Keller. Und? Ich bin angegriffen. Während meine Frames runtergehen. Das ist nicht gut. Das ist nie gut. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Komm, beruhig dich, PC. Beruhig dich, beruhig dich. Ist gar nicht mehr so lauter. Oh, shit, ey. Was ist denn hier gerade los? Das kann doch nicht sein. What the fuck? Was war das jetzt? Das geht ja immer noch weiter. Das kann ja nicht sein. Yo, komm mal, komm mal klar auf dein Leben. Geht's jetzt? Geht's jetzt? Kann ich jetzt? Kann ich? Ich kann nicht gehen, ne? Ich. Boah. Gib mir was auf den Sack. Was ist denn das? Ey, und dann werde ich hier runtergedrängt, ey. Das. Spiel will mich wohl ver... Ah, das. Komm, jetzt beruhig dich. Beruhig dich, beruhig dich. Oh, das kann ich doch nicht so spielen. Das kann ich nicht so spielen. Das kann ich nicht so... Boah, fick dich. Komm. Ja, es geht, es geht, es geht. Ich werde... Mir wird nicht mehr von Craps angezeigt, wie viel... Frames per second hier. Also Bilder pro Sekunde. Hier gespielt werden. Und jetzt... Jetzt geht's wieder gratis runter jetzt, aber... Jetzt ist wir runtergegangen. Das ist gut, das ist... Das ist richtig voll. Da freut man sich. Da freut man sich. Das ist immer gut für Let's Plays. Das ist... Das ist... Ich... Fick dich auseinander, ey. So, jetzt muss es aber wieder laufen. Jetzt läuft es natürlich. Jetzt läuft es. Scheiße, das ist jetzt gerade so dekommierend. Oh, je, oh, je, oh, je. So. Ja, da hinten ist das Licht. Oh, du Wichser. So, ey. Jetzt komm, hier, schieß. Die Fresse. Die Muni geht langsam wieder alle. Wie viele kommen denn da noch? Was, brauchst du Hilfe? Das interessiert mich nicht. Oh, Schlecken. So eine Scheiße, das kann doch nicht sein, ey. Oh, jetzt ist das gerade echt extrem, ne? Das ist irgendwie... Ich weiß nicht, warum. Ich bin so dran, weil ich gerade eben noch ein Video gerendert habe, aber... Ich bin so oft Sachen nach mir zu werfen. Du Wichser. Du mieser Wichser. So kann man gar nicht richtig spielen. Das ist so mies gerade, ne? So, jetzt fickt ihr euch einfach, so. Aber was hat denn das Render mit einem Video jetzt hier mit zu tun? Das heißt ja nicht, dass der PC jetzt mega beansprucht ist. Der hat ja aufgehört mit Rendern. Und so'n Scheiß. Arschloch. Das ist das nächste Mal ganz so. Ganz ruhig, ganz ruhig. So muss das halt mal laufen. So muss das auch mal laufen. Manchmal bringt man einfach nur Kacke raus. Vielleicht liegt es auch am Fraps. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es am Fraps liegen könnte. Oder einfach an dem Spiel. Ich bin mir jetzt voll unsicher gerade. Aber das bringt einen direkt aufs Konzept. So, jetzt lass wenigstens die Tür hier aufgehen. So, wo muss ich überhaupt hin? Warum ist... Ich da runter? Jetzt gehen die gerade wieder voll in den Keller. Jetzt sind die wieder voll hoch. Ich trau mich nicht, da runter zu springen. Ich auch nichts, dass ich da unten zerschellen werde. Guck mal, was passiert, wenn ich einen Fass da runterwerfe. Ist das passiert? Wenn ich da jetzt runter springe, dann sterbe ich. Das trau ich mich nicht. Ich trau mich nicht, da runter zu springen. So, ähm. Vielleicht kann ich den Typen irgendwie rüberbringen. Lade schon wieder Daten. Der, der, wo ist der? Wo ist der denn? Ach, da ist er. Oh, Kacke. Jetzt hör auf zu... ...lecken hier, ey. Das ist doch... Boah, das... Das, das kotzt mich gerade so. Nur weil ich laufen will, oder was? Was, 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 was soll das? Du willst laufen? Nee, kannst du nicht. Und mein PC ist jetzt nicht wirklich alt. Das muss ich noch dabei erwähnen. Ist sogar noch relativ neu. Hat sogar noch eigentlich gute Komponenten. So, ich werde jetzt das riskanteste probieren aller Zeiten. Ich werde jetzt hier... Nein, nein, das hängt natürlich... Oh, Schwein gehabt. Oh, scheiße. Scheiße gehabt. Kann ich das so sagen? Kann ich das sagen? Scheiße gehabt. Das ist wirklich komisch. Hier. Hier habt ihr. Hier habt ihr alles. Nehmt alles! Scheiße, ich hänge ja irgendwie fest. Kann ich da durch? Nee. So, ich kann aber hier durch, wenn ich crouch. Nein, ich bin nicht. Nein, ich will nicht das Ding. Oh, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Und der schießt einfach ohne Grund. So. Jetzt ist das Loch ohne... ...boden hier. Ich schaffe es noch da runter, denke ich wieder. Ja, aber... Nee, das ist gerade... Das ist gerade gar nichts, ne? Das ist gerade nichts. Das kann ich so den Leuten nicht bieten. So, deswegen werde ich jetzt... ...noch schnell die Granaten da runterwerfen. Das müsste jetzt eigentlich nicht lecken, wenn ich Glück habe. Das leckt natürlich nicht, ne? Also wenn ich Granaten werfe, das ist total okay. Der explodiert zwar die ganze Zeit was, aber egal. Vielleicht probiere ich es nochmal da runter zu kommen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lass mich, lass mich bitte in Ruhe. Lass mich, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will hier unten nicht schon wieder sterben. Und ich würde auch nicht... Fuck. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich werde sterben. Leute, ich bin gestorben. So. und das ist der Grund für mich, warum ich jetzt aufhöre, tut mir leid, aber ich bin so, boah, ne dieses Lecken, ne und dann noch dabei ich kann nicht mal richtig speichern, ohne dass das dabei leckt, das ist ich kann meine Kamera nicht richtig bewegen, deswegen höre ich jetzt auf und morgen gibt es dann eins, denke ich, mit guter Quali dann bis morgen und ciao Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020